Das ist eine Räuner, ein paar und du kannst nicht mehr machen. Das ist ein bisschen besser, aber nicht mehr. Das geht noch nicht. Wir sind nicht mehr als Fahreisen, wir haben den Fahreisen, aber wir sind hier noch nicht mehr. wir haben einen Fahreisen, aber wir haben einen Fahreisen. Was ist das? Wir haben einen Fahreisen, wir haben einen Fahreisen, wir haben einen Fahreisen, wir haben einen Fahreisen, Was wär das? Du nimmst jetzt den Steuch und nimmst die Krater bitte ab. Gibst du mal, dass er selber schleicht? Gibst du mal, das kannst du besser. Mach du das einmal? Ich bin auch nicht so der Profi. Aber das Fleisch können wir noch nicht schneiden. Aber das geht schon, oder? Ja, das strafft ihm auch. Meins ist scharf gehofft. Genau, die Krater wegen weg. Jawohl. Geile Sache. Was ist das, Profix?